Wir befinden uns in Berlin. Hier hatte ein Mann das Handy einer 67-Jährigen aus dessen Kellerwohnung in Wilmersdorf geklaut. Nach dem gelungenen Raub machte er dann fleißig Fotos von sich mit dem Telefon. Doch das wurde dem Dieb zum Verhängnis. Denn die geschossenen Bilder des Täters landeten dank einer Klaut direkt auf dem Computer der Besitzerin. Diese konnte damit zur Polizei. Und diese fahndet nun mit den Fotos des Einbrechers. Wer Hinweise zu diesem Mann geben könne, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.